Ich hatte mich daran gemacht, die Höhle zu erweitern und tiefer in den Felsen einzudringen, dieser bestand aus lockerem Sandstein und gab leicht nach. Da ich mich gegen wilde Tiere doch hinlänglich geschützt glaubte, arbeitete ich mich ganz durch den Felsen durch und bekam so eine Tür nach außen hin, durch die ich meine Festung verlassen konnte. So hatte ich nicht nur einen Aus- und Eingang, sondern auch einen größeren Behälter für meine Besitztümer bekommen. Ich begann sofort, mir diejenigen Gegenstände anzufertigen, die mir die notwendigsten schienen, nämlich vor allem einen Tisch und einen Stuhl, da ich ohne diese nicht einmal die geringe Behaglichkeit, die mir auf der Welt geboten war, genießen konnte. Denn ohne Tisch hätte ich weder Schreiben noch Essen noch anderes mit einiger Bequemlichkeit vornehmen können. Ich hatte in meinem früheren Leben niemals Handwerkszeug zwischen den Fingern gehabt und trotzdem erkannte ich jetzt bald, dass es mir durch Arbeit, Ausdauer und Eifer möglich sein würde, alles, was ich brauchte, selbst anzufertigen. Zunächst machte ich mir aus den kurzen Latten, die ich auf meinem Pflosse aus dem Schiffe geholt hatte, Tisch und Stuhl. Ferner brachte ich, nachdem einige Bretter in der oben angegebenen Weise fertig geworden waren, große Fächer von anderthalb Fuß Breite übereinander an der Seitenwand meiner Höhle an, um alle meine Werkzeuge, Nägel und eisernen Geräte darauf zu legen und alles zur größeren Bequemlichkeit an einer bestimmten Stelle zu haben. Hierauf schlug ich Pflöcke in die Felswand, um mein Gewehr und anderes dergleichen daran zu hängen. Meine Höhle sah jetzt aus wie ein großes Magazin mit allen unentbehrlichen Dingen, und ich hatte jegliches so zur Hand, dass diese Ordnung mir ein großes Vergnügen gewährte. Von nun an begann ich auch, ein Tagebuch zu führen und darin meine täglichen Beschäftigungen zu verzeichnen. Früher hatte es mir zu sehr an Ruhe, besonders an Gemütsruhe, gefehlt. Bei der Ordnung meines Hauswesens fühlte ich aufs Neue, dass mir verschiedene Dinge doch noch sehr fehlten, zum Beispiel Lichter. Sobald es dunkel wurde, was gewöhnlich um sieben Uhr geschah, musste ich zu Bette gehen. Jetzt wünschte ich mir oft den Klumpen Bienenwachs, aus dem ich mir früher Kerzen gefertigt hatte, zurück. Um jenem Mangel abzuhelfen, fand ich kein anderes Mittel, als dass ich, so oft ich eine Ziege erlegt hatte, das Fett sammelte und ein kleines Lehmgefäß, das sich in der Sonne trocknete und mit einem Docht aus Taugarn versah, als Lampe benutzte. Sie leuchtete, wenn auch nicht ganz, doch fast so hell wie eine gewöhnliche Kerze. Während dieser Beschäftigung fiel mir, als ich einmal unter meinen Sachen kramte, ein Säckchen wieder in die Hand, das mit Korn gefüllt gewesen war. Der geringe Rest des Korns war von den Ratten im Schiff gefressen worden, und ich hatte nur Hülsen und Staub in dem Säckchen bemerkt. Da ich dieses Säckchen zu einem anderen Zweck benutzen wollte, hatte ich die Kornhülsen in einer Ecke meiner kleinen Festung ausgeschüttet. Das war kurz vor dem großen Regen. Ich hatte mit keinem Gedanken mehr daran gedacht, als ich etwa einen Monat später einige grüne Halme aus dem Boden ragen sah, die ich anfangs für eine früher nicht bemerkte Pflanze hielt. Aber wie war ich erstaunt, als ich kurze Zeit darauf sich zehn bis zwölf Ähren daraus entwickeln sah, die ich als vollkommen gute grüne Gerste der europäischen oder vielmehr der englischen Art erkannte. Da ich davon überzeugt war, dass sich dergleichen noch mehr hier befinde, suchte ich auf dem ganzen mir bekannten Teil der Insel in allen Ecken und unter jedem Felsen nach weiteren Ähren, aber ich entdeckte keine. Endlich fiel mir ein, dass ich ja den Sack mit dem Hühnerfutter an jener Stelle ausgeschüttet hatte. Wie man sich denken kann, bewahrte ich die Ähren, sobald sie reif geworden waren, es geschah gegen Ende des Juni, sorgfältig auf. Ich beschloss, die darin enthaltenen Körner wieder auszusäen und hoffte dadurch bald eine hinreichende Menge zu erhalten, um Brot daraus bereiten zu können. Jedoch durfte ich mir erst im vierten Jahre erlauben, von diesem Korn zu essen und selbst dann nur sparsam. Ich verlor nämlich die ganze erste Aussaat, weil ich nicht die geeignete Zeit beobachtet und sie unmittelbar vor den trockenen Monaten ausgestreut hatte, so dass sie nicht aufkam oder wenigstens nicht in erwünschter Menge Frucht trug. Außer der Gerste fand ich auch zwanzig bis dreißig Reishalme, die ich mit gleicher Sorgfalt aufhob und in gleicher Weise benutzte. Ich entdeckte nämlich eine Methode, die Körner zu kochen, statt das Mehl davon zu backen, wobei mir auch das letztere später gelang. Nach einiger Zeit beschäftigte ich mich auch mit der Anglerei. Als ich das erste Mal mit der Angel fischte, erbeutete ich zunächst keinen essbaren Fisch. Fast schon war ich der Beschäftigung müde und war im Begriff heimzukehren, als ich einen jungen Delfin fing. Ich hatte mir nämlich aus Taugarn eine lange Schnur gemacht und damit fortan Fische genug gefangen, wenigstens so viele, wie für meine Mahlzeit nötig waren. Um sie verspeisen zu koennen, pflegte ich sie an der Sonne zu trocknen. Und wo wir beim Thema Speiseplan sind. Durch Zufall fand ich eines Tages am Strand eine große Schildkröte. Es war nach fast einem Jahr die erste, die ich seit meiner Anwesenheit auf der Insel sah. Hätte mich der Schiffbruch auf die andere Seite der Insel verschlagen, hätte ich täglich, wie ich später sah, Schildkröten zu Hunderten bekommen können. Jedoch wäre mich das vielleicht teuer zu stehen gekommen. Als ich die Schildkröte zu kochen versuchte, fand ich in ihr etwa 60 Eier. Das Fleisch schien mir das saftigste und wohlschmeckendste, das ich je in meinem Leben genossen hatte, nachdem ich auf diesem trostlosen Eiland ja seit meiner Ankunft nur Ziegen- und Vogelfleisch gegessen hatte. Ich befand mich jetzt schon über zehn Monate auf meiner einsamen Insel. Eine Möglichkeit, aus meiner trostlosen Lage befreit zu werden, schien es nicht zu geben, weil ich fest glaubte, es habe noch nie ein menschliches Wesen außer mir einen Fuß auf diese Erde gesetzt. Da ich jetzt das Gefühl hatte, meine Behausung hinlänglich gesichert zu haben, spürte ich lebhaftes Verlangen, die Insel genauer kennenzulernen und zu untersuchen, was für mir noch unbekannte Erzeugnisse darauf zu finden seien. Zunächst begab ich mich zu der kleinen Bucht, in die ich mein Floß gesteuert hatte. Nachdem ich von dort aus den Fluss etwa zwei Meilen Strom aufwärts verfolgt hatte, bemerkte ich, dass hier die Flut nicht weiterging und dass die Bucht sich in einem kleinen, reißenden Bach von sehr frischem und klarem Wasser fortsetzte. An den Ufern des Baches traf ich auf liebliche, grasreiche Wiesen und an den höher gelegenen Uferstellen grünten zahlreiche Tabaksblätter auf starken und hohen Stängeln. Auch andere, mir aber unbekannte Pflanzen, die vielleicht, ohne dass ich es wusste, besondere, gute Eigenschaften besaßen, fand ich dort. Ich suchte vor allem nach der Maniok-Pflanze, welche den Indianern in diesen Erdgegenden überall statt des Brotes dient, aber es war keine zu sehen. Dagegen bemerkte ich etwas Wildes, aber leider verkümmertes Zuckerrohr, das ich von meiner Plantage in Brasilien nur zu gut kannte. Etwas weiter vorgedrungen stieß ich auf das Ende des Baches und der Wiesen und die Gegend fing an, waldiger zu werden. Hier fand ich verschiedene Früchte, besonders eine Menge Melonen und Weintrauben. Die Reben rannten sich von Baum zu Baum und die Beeren waren gerade in voller Reife. Diese überraschende Entdeckung erfreute mich sehr, denn ich machte mir die Trauben vortrefflich zunutze. Ich hob sie nämlich in der Sonne getrocknet als Rosinen auf, die mir für die Zeit, wenn es keine Trauben mehr geben würde, als eine angenehme Speise dienen sollten. Da ich den ganzen Abend an jenem Platze verweilt hatte, konnte ich nicht mehr zu meiner Behausung zurückkehren. Zum ersten Mal schlief ich nicht zu Hause, d.h. ich erstieg wieder wie in der ersten Nacht nach meiner Ankunft auf der Insel einen Baum und ruhte dort ausgezeichnet. Am anderen Morgen setzte ich meinen Weg fort, und zwar nach meiner Berechnung etwa vier Meilen das Tal entlang, das ich zwischen zwei Hügelreihen nordwärts erstreckte. Am Ende meiner Wanderung kam ich zu einer Lichtung, von der aus die Gegend sich westlich auszudehnen schien. Ein frischer Quell, der seitwärts von mir an einer Anhöhe entsprang, nahm seinen Weg nach Osten hin. Die Landschaft bot einen üppig blühenden, saftig grünen Anblick und erschien wie ein wohlgepflegter Garten. Ich stieg ein wenig an der Seite dieses lieblichen Tals herab und überblickte es mit einer Art wehmütiger Freude in dem Gedanken, dass dies alles mir gehöre, dass ich unbestreitbarer Herr und König dieses Landes sei. Ringsumher standen Kokosnussbäume in großen Mengen, auch Orangen, Limonen und Zitronenbäume, aber alle wild und im Moment nur mit wenigen Früchten behangen. Die grünen Limonen schmeckten bereits wunderbar und später verschaffte mir der Saft, den ich mit Wasser mischte, auch ein sehr gesundes, kühles und labendes Getränk. Ich hatte nun alle Hände voll zu tun, um Früchte zu sammeln und heimzubringen, da ich beabsichtigte, mir einen Vorrat von Trauben, Limonen und Zitronen für die Regenzeit, die bevorstand, zu sammeln. Zu diesem Zweck häufte ich eine große Menge von Trauben auf, sammelte eine kleinere an einem anderen Platze und etliche Limonen auf einem dritten Haufen. Einige der Früchte nahm ich sofort mit nach Hause, den Rest gedachte ich in einem Beutel oder Sack später zu holen. Zu meiner Wohnung zurückgelangt fand ich, dass die Trauben, die ich bei mir trug, unterwegs verdorben waren. Ihre eigene Schwere hatte die Beeren zerdrückt, während die wenigen Limonen, die ich mitgenommen hatte, unversehrt geblieben waren. Am nächsten Tage ging ich mit zwei kleinen Säcken versehen aus, um meine Ernte zu holen, aber wie erstaunte ich, als ich zu meinen aufgehäuften Trauben kam, sie zerstreut, zerrissen, zertreten und zum Teil verzehrt fand. Ich schloss daraus, dass das Unheil von wilden, mir unbekannten Tieren angerichtet sei. Da ich also die Trauben weder aufgehäuft liegen lassen, noch heil in meinen Säcken mitnehmen konnte, hing ich sie kurzerhand an Baumzweigen auf, um sie in Sicherheit von der Sonne trocknen zu lassen. Von den Zitronen und Limonen nahm ich dagegen so viel mit, wie ich nur zu tragen vermochte. Auf dem Heimweg betrachtete ich mit großer Freude die Fruchtbarkeit des Tals und die Lieblichkeit der Gegend, die auch vor Stürmen geschützt und mit Wasser und Holz reichlich versehen war. Jetzt machte ich mir Vorwürfe, dass ich meine Behausung törichterweise an einer Stelle angeschlagen hatte, die in der ungünstigsten Gegend der Insel gelegen war, und begann ernstlich, an einen Umzug zu denken und mich nach einem Obdach, das gleiche Sicherheit wie mein jetziges biete, in diesem reizenden, fruchtbaren Teil des Landes umzusehen. Bald schon kam ich zu der Einsicht, dass ich auf keinen Fall meine Wohnung verändern dürfe. Da ich aber förmlich verliebt in jene Gegend war, baute ich mir eine Art von kleiner Laube, die ich in einiger Entfernung mit einem starken Zaun so hoch, als ich mit den Armen reichen konnte, umgab. Dort schlief ich zuweilen mehrere Nächte hintereinander ganz ruhig, indem ich den Zaun wie den um meine alte Wohnung mit einer Leiter überkletterte. So konnte ich mir dann einbilden, jetzt ein Landhaus und ein Haus an der Küste zu besitzen. Jene Arbeiten nahmen mich bis Anfang August in Anspruch. Kaum hatte ich die Einfriedung vollendet und fing an, mich der Früchte meiner Arbeit zu erfreuen, als die Regenzeit mich fest in meiner Behausung an der Küste einschloss. Zwar hatte ich mir an meinem Landsitz von einem Stück Segel gleichfalls ein Zelt errichtet, doch fehlte mir dort der Schutz eines Hügels, um die Stürme abzuhalten, sowie auch eine Höhle, um darin bei ungewöhnlich starkem Regen Schutz zu suchen. Anfang August schienen mir die aufgehängten Trauben hinlänglich trocken, sie waren auch wirklich zu trefflichen Rosinen geworden. Ich fing an, sie von den Bäumen abzunehmen, und das war gut, denn der Regen würde sie außerdem bald verdorben und mich um den besten Teil meines Wintervorrats gebracht haben. Nachdem ich nämlich über 200 große Trauben eingeheimst und in meine Höhle geschafft hatte, begann der Regen und dauerte zwei Monate bis Mitte Oktober. Einige Male war er so heftig, dass ich mehrere Tage hindurch meine Höhle keinmal verlassen konnte. Während dieser Zeit wurde ich durch einen Familienzuwachs sehr überrascht. Ich hatte eine Weile in Sorgen um eine meiner Katzen gelebt, die verschwunden gewesen war, so dass ich geglaubt hatte, sie sei umgekommen. Nachdem sie geraume Zeit nichts von sich hatte sehen und hören lassen, kam sie plötzlich gegen Ende August mit drei Jungen heim. Dies befremdete mich sehr. Zwar hatte ich einmal eine wilde Katze geschossen, aber wie mir schien, war dieselbe von der europäischen Art völlig verschieden gewesen und ich hatte daher geglaubt, die hier einheimische Art würde sich mit jener nicht paaren. Die Kätzchen glichen aber ganz der Mutter. Meine Mahlzeiten hatte ich jetzt folgendermaßen geregelt. Zum Frühstück genoss ich einige Rosinen, als Mittagessen ein Stück gedörrtes Ziegenfleisch oder etwas geröstete Schildkröte, denn um zu kochen, mangelte es zu meinem großen Bedauern an einem tauglichen Gefäß. Mein Abendessen bestand regelmäßig aus einigen Schildkröteneiern. Jetzt, wo ich allmählich die Regelmäßigkeit im Eintreten der trockenen und nassen Jahreszeit erkannt hatte, war ich auch imstande, für jede die richtigen Vorkehrungen zu treffen. Ich beobachtete, dass das Jahr hier nicht wie in Europa in Sommer und Winter, sondern in regnerische und trockene Zeiten zerfiel. Das Verhältnis stellte sich so. Die Hälfte des Februars, der März und der halbe April gehörten zur Regenzeit, da dann die Sonne der Tag- und Nachtleiche nahe war. Der halbe April, der Mai, Juni, Juli und der halbe August, wenn die Sonne nördlich des Äquators stand, waren trocken. Die zweite Hälfte des August, der September und der halbe Oktober gehörten wieder zur Regenzeit. Dagegen zählte zur trockenen Periode der Rest des Oktobers, der November, Dezember, Januar und die erste Hälfte des Februars, wenn die Sonne südlich des Äquators stand. Zuweilen dauerte die Regenzeit länger oder kürzer, je nachdem, wie der Wind wehte. Immer trug ich Sorge dafür, mich stets mit den nötigen Vorräten zu versehen, um während der regnerischen Monate zu Hause bleiben zu können. Diese Zeit verwendete ich sehr zweckmäßig, um mich mit allerlei Dingen auszurüsten, deren Herstellung nur durch schwere und langwierige Arbeit zu bewirken war. So fertigte ich mir während der Regenzeit eine Menge von Körben, teils um Erde oder anderes darin zu tragen, teils um allerlei darin aufzubewahren. Meine Arbeit geriet zwar nicht sehr schön, aber ihre Resultate waren doch vollkommen zweckentsprechend. Später trug ich Sorge, immer einen Vorrat von Körben zu haben und fertigte mir, sobald die früheren abgenutzt waren, eine Anzahl neue. Dabei kam es mir besonders darauf an, die Körbe möglichst stark und tief zu machen, um darin statt in Säcken mein Korn aufbewahren zu können, wenn ich davon einmal einen großen Vorrat haben würde. Bald verspürte ich große Lust, die ganze Insel kennenzulernen. Aus diesem Grunde beschloss ich einmal, meinen Weg längs der Seeküste auf der anderen Seite der Insel zu nehmen und machte mich denn auch mit meiner Flinte, einem Beil, meinem Hund und mit einer größeren Menge an Pulver und Blei als gewöhnlich, sowie mit zwei Zwiebacken und einem großen Bündel Rosinen in meinem Beutel auf die Wanderung. Nachdem ich das Ende des Tals, in welchem sich meine Laube befand, passiert hatte, bekam ich bald das Meer in Sicht. Da es ein außerordentlich heller Tag war, entdeckte ich plötzlich in der Ferne Land, konnte aber nicht unterscheiden, ob es eine Insel oder Festland sei. Es lag hoch und streckte sich von Westen nach West-Südwesten in langer Ausdehnung hin. Nach meiner Berechnung musste es mindestens 15 bis 20 Meilen von meiner Insel entfernt sein. Es war mir unbekannt, was für ein Stück Erde das sein mochte. Nur so viel glaubte ich zu wissen, dass es zu Amerika gehöre und allen meinen Beobachtungen nach in der Nähe der spanischen Besitzungen liegen müsse. Vielleicht mochte es von Wilden bewohnt sein und wenn ich dort an Land geraten wäre, hätte ich mich wohl noch in schlimmerer Lage befunden als hier. Unter solchen Gedanken schritt ich gemächlich weiter. Wie ich bemerkte, war die Inselseite, auf der ich mich jetzt befand, weit anmutiger als die meinige. Es gab hier blumengeschmückte Savannen oder Wiesen und schönes Gehölz fand sich in Menge. Ich erblickte eine große Anzahl von Papageien und es überkam mich stark die Lust, mir einen zu fangen, um ihn zu zähmen und sprechen zu lehren. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es mir auch, eines jungen Tieres dieser Vogelart habhaft zu werden, das ich mit einem Stock vom Baume schlug und, nachdem es sich erholt hatte, nach Hause trug. Es dauerte mehrere Jahre, bis dieser Papagei sprechen lernte. Endlich aber hatte er gelernt, mich ganz verständlich bei meinem Namen zu rufen. Während meiner Entdeckungsreise legte ich nicht viel mehr als zwei Meilen pro Tag zurück. Dennoch kehrte ich stets durch viele Umwege, die ich absichtlich einschlug, müde genug zu dem Platz zurück, den ich zu meinem Nachtlager bestimmt hatte. Ich schlief dort entweder auf einem Baum oder bildete mir eine Einfriedung, indem ich rings um mich her Pfähle einsteckte oder solche von einem Baum zum anderen legte. So konnten wilde Tiere nicht in meine Nähe kommen, ohne dass ich aufwachte. Wieder an das Meeresufer gelangt, sah ich mit Erstaunen, dass hier der Strand von unzähligen Schildkröten bedeckt war, während ich deren auf der anderen Seite binnen anderthalb Jahren nur drei gefunden hatte. Auch eine große Menge von Vögeln gab es hier, von denen mir einige bisher noch nicht zu Gesicht gekommen waren. Manche darunter lieferten leckere Mahlzeiten, dem Namen nach erkannte ich darunter nur die sogenannten Fettgänse. Wiewohl es eine Leichtigkeit gewesen wäre, von diesen so viel mir Beliebte zu schießen, begnügte ich mich, da ich mit Pulver und Blei sehr sparsam umging, lieber damit, mir eine Ziege zu erlegen, die mir längeren Unterhalt gewährte. Zwar gab es hier auch von diesen Tieren eine Menge, sogar eine noch größere als auf meiner Inselseite. Mir fiel es aber schwerer, an sie heranzukommen, da sie mich wegen der Flachheit der Gegend immer sehr bald bemerkten. Dieser ganze Teil des Eilands behagte mir weit besser als der, wo ich mich niedergelassen hatte, und dennoch fühlte ich nicht die geringste Lust, meine Wohnung zu verlassen, denn durch die Gewohnheit war diese mir lieb geworden. Ich ging an der Küste ungefähr zwölf Meilen ostwärts, pflanzte dort einen großen Pfahl als Merkzeichen am Strand auf und beschloss dann heimzukehren. Meinen nächsten Ausflug gedachte ich, entlang der anderen Seite der Insel zu machen und so in die Runde zu gehen, bis ich wieder an jenem Pfahl ankäme. Auf meine Heimwanderung fing mein Hund ein Ziegenlamm, das ich, herbeigeeilt während es noch am Leben war, ihm wieder entriss. Ich wollte es mit nach Hause nehmen, da ich schon darüber nachgedacht hatte, ob es nicht gelingen könne, einen oder zwei Lämmer zu fangen und mir so für die Zeit, wenn mein Pulver und Blei verbraucht sein würde, eine Zucht von zahmen Ziegen anzulegen. So machte ich denn dem kleinen Geschöpf ein Halsband und führte es an einer Leine, die ich mir aus etwas Taugarn anfertigte, bis zu meiner Laube, wo ich es einschloss und zurückließ. Denn ich brannte vor Ungeduld, nach mehr als einmonatlicher Abwesenheit wieder nach Hause zu kommen. Ich kann nicht beschreiben, mit welcher Freude ich meine alte Behausung begrüßte und mich in meine Hängematte schlafen legte. Die kleine Reise, auf der ich wie ein Nomade gelebt hatte, war mir so wenig angenehm gewesen, dass mein eigenes Haus, wie ich es nannte, mir jetzt als ein wohlgeordnetes Heim erschien. Alles um mich herum mutete mich so traulich an, dass ich mir vornahm, mich so lange ich auf der Insel verweilen müsste, nicht wieder auf eine so weite Strecke zu entfernen. Eine Woche hindurch hielt ich Ruhe, um mich von den Anstrengungen meiner Wanderung zu erholen. Den größten Teil dieser Zeit nahm ein wichtiges Geschäft in Anspruch. Ich fertigte nämlich für meinen Papagei – der sich schon wie zu Hause bei mir fühlte und gar gut bekannt mit mir geworden war – einen Käfig an. Dann dachte ich an das arme Ziegenlamm, das ich in meiner kleinen Umfriedung eingesperrt hatte und ging es zu holen und ihm zu fressen zu geben. Zwar fand ich es noch am alten Ort, aber es war halb verhungert. Ich schnitt Zweige von Bäumen und Sträuchern ab, warf sie ihm vor und nachdem es gefressen hatte, wollte ich es wie früher anbinden, um es nach Hause zu leiten. Aber es war durch den Hunger so zahm geworden, dass es nicht nötig schien, es zu fesseln, denn es folgte mir aus freien Stücken wie ein Hund. Ich fütterte es dann regelmäßig und das Tierchen wurde so anmutig, zutraulich und zahm, dass es nun auch zu meiner Familie gehörte und nicht wieder von mir weichen wollte. Jetzt war wiederum die Regenzeit der herbstlichen Tag- und Nachtleiche gekommen und ich beging den 30. September in feierlicher Weise, den Jahrestag meiner Landung. Zwei Jahre waren seit dieser nun vergangen und meine Aussicht auf Befreiung schien noch nicht größer als am ersten Tage. Ich verwendete den ganzen 30. September zu demütiger, dankbarer Erinnerung an die vielen wunderbaren Gnadenerweisungen, die mir in meiner Einsamkeit zuteil geworden waren und ohne die mein Elend unendlich viel größer gewesen sein würde. Aus tiefstem Herzen war ich dankbar für die Erkenntnis, dass ich in dieser Einsamkeit sogar glücklicher war, als ich es inmitten menschlicher Gesellschaft und unter allen Freuden der Welt sein konnte. Es waren jetzt die Monate November und Dezember herangekommen und ich hoffte, bald eine Ernte von meinem Reis und Korn zu gewinnen. Aber ich sah mein Getreidefeld von allerlei Feinden bedroht, die ich nur mit Mühe von ihm fernhalten konnte. Vor allem durch die Ziegen und die hasenähnlichen Tiere, welche Geschmack an den Halmen gefunden hatten und Tag und Nacht daran fraßen, so dass viele Halme nicht zu Ähren aufgehen konnten. Hierfür sah ich kein anderes Mittel der Abhilfe, als dass ich mit großer Arbeit und Eile eine Einfriedung um das Stück Land zog. Innerhalb von drei Wochen war das kleine Feldstück vollkommen eingehegt und da ich bei Tage mehrmals einige von den Tieren schoss und es nachts meinen Hund, den ich an einen der Pfähle band, wo er die ganze Nacht hindurch bellte, zum Wächter setzte, so zogen sich die Feinde binnen kurzer Zeit weg und das Korn wuchs hoch heran, stand gut und begann zusehends zu reifen. Wie mir aber früher die vierfüßigen Tiere Schaden zufügten, solange das Korn grün war, so drohten ihm jetzt, als es Ähren trug, die Vögel. Als ich das Feld besuchte, um zu wissen, wie es gedeie, fand ich eine Menge gefiedertes Volk ringsherum, das nur auf den Augenblick zu warten schien, bis ich mich entfernt hatte. Sofort gab ich, da ich mein Gewehr bei mir trug, Feuer unter den Schwarm und alsbald erhob sich mitten aus dem Korn eine Wolke von Vögeln, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Dies ärgerte mich sehr, denn ich sah voraus, dass binnen weniger Tage meine ganze Hoffnung zunichte sein und dass ich es niemals zu einer ordentlichen Ernte bringen würde. Daher beschloss ich, meinen Korn, wenn möglich, zu retten und wenn ich es auch Tag und Nacht bewachen sollte. Zuerst untersuchte ich den schon angerichteten Schaden und fand, dass die Vögel eine Menge Körner bereits gefressen hatten. Da diese aber noch zu grün waren, fiel der Verlust nicht so hoch aus und wenn ich den Rest rettete, so konnte die Ernte wohl immer noch eine gute werden. Während ich bei dieser Gelegenheit neben dem Feld stehend mein Gewehr lud, sah ich die Diebe rings auf allen Bäumen sitzen, als ob sie nur auf mein Weggehen warteten. Deshalb tat ich, als ob ich mich entfernen wollte und kaum war ich ihnen aus dem Gesicht gekommen, als sie auch schon einer nach dem anderen wieder ins Korn fielen. Das reizte mich so, dass ich nicht Geduld hatte zu warten, bis sich noch mehrere eingefunden haben würden. Daher schlich ich mich an die Hecke und erwischte diesmal drei. Das war auch für meinen Zweck vorläufig genug. Ich hing sie nämlich auf, als abschreckendes Exempel für die anderen. Und siehe da, die Vögel blieben von nun an nicht nur von meinem Korn weg, sondern zogen sich auch sehr bald ganz aus dieser Gegend der Insel weg und ich habe, solange die Vogelscheuchen hingen, niemals wieder einen der gefiederten Diebe in der Nähe meines Feldes bemerkt. Wie man denken kann, war ich sehr erfreut darüber. Gegen Ende des Monats Dezember, in der zweiten Herbstzeit des Jahres, heimste ich dann mein Korn ein. Da ich jetzt Samen genug besaß, um mehr als einen Morgen Land damit zu bestellen, musste ich zunächst ein größeres Stück Erde bearbeiten. Vorher brauchte ich über eine Woche zur Anfertigung eines Holzspatens, mit dem ich zwei große, flache Landstücke pflügte, die meinem Hause am nächsten gelegen waren und mir tauglich schienen. Danach streute ich die Samen aus. Während des Regens unterhielt ich mich zu Hause bei der Arbeit damit, dass ich meinen Papagei sprechen lehrte. Es gelang mir bald, ihm seinen eigenen Namen beizubringen, so dass er ihn zuletzt ganz deutlich aussprach. Poll war das erste Wort, das ich auf dieser Insel aus einem anderen als meinem eigenen Munde hörte. Bis zur nächsten Ernte musste ich noch herausfinden, wie ich es anstellen sollte, Brot zu bekommen, wenn ich erst das Korn dafür haben würde. Erstens nämlich fehlte mir die Hefe, da es für diesen Mangel absolut keine Abhilfe gab, machte ich mir darüber weiter kein Kopfzerbrechen. Aber auch um einen Ofen war ich zunächst sehr verlegen. Schließlich zündete ich ein großes Feuer auf einem Herd an, den ich mit einigen selbstgebrannten, viereckigen Ziegeln gebaut hatte, und bedeckte damit, sobald das Brennholz ziemlich zu Asche oder zu lebendigen Kohlen verbrannt war, den Herd gänzlich und ließ die Kohlen da liegen, bis die Platte ganz heiß war. Dann fegte ich alle Asche ab und legte die Brote darauf, stülpte die Tonschüsseln darüber und häufte dann die Asche wieder von außen darum, um so die Hitze zusammenzuhalten und zu verstärken. Auf diese Weise bug ich mein Gerstenbrot so gut wie in dem besten Backofen der Welt und bildete mich nebenbei in ganz kurzer Zeit auch zum Konditor aus, denn ich bereitete mir auch verschiedene Arten von Kuchen und Puddings aus Reis. Es war kein Wunder, dass über alle diese Dinge der größte Teil des dritten Jahres meines Aufenthalts auf der Insel verstrich, besonders wenn man bedenkt, dass ich zwischendurch auch meine erste größere Ernte und die Bestellung des Feldes zu besorgen hatte. Ich schnitt mein Korn zur rechten Zeit, brachte es so gut ich konnte ein und bewahrte es in den Ähren in meinen großen Körben auf, bis ich Zeit fand, es auszureiben. Denn ich hatte dazu kein Werkzeug außer meinen beiden Händen. Da jetzt meine Kornvorräte zuzunehmen begann, wurde es nötig, auch die Scheune größer zu bauen. Ich brauchte einen besonderen Raum, um meinen Vorrat aufzubewahren, denn das Korn hatte sich in dem Maße vervielfältigt, dass ich ungefähr zwanzig Scheffel Gerste und ebenso viel oder mehr Reis besaß, mehr als ich in einem Jahr verzehren konnte. Während der ganzen Zeit, in welcher diese Angelegenheiten mich beschäftigten, schweiften, wie man sich denken kann, meine Gedanken auch oftmals zu dem fernen Lande hinüber, welches ich von der anderen Seite der Insel aus erblickt hatte. Ich wünschte im Stillen an jener Küste zu sein, die ich für das Festland und für eine bewohnte Gegend hielt und von wo aus ich mich auf eine oder die andere Art weiter zu befördern und vielleicht endlich Mittel und Wege zur Flucht zu finden hoffte. An die Gefahren, die mir dabei drohen würden, dachte ich gar nicht. Wie leicht hätte ich den Wilden in die Hände fallen können, und zwar solchen, die ich Ursache hatte für schlimmer zu halten als die Löwen und Tiger in Afrika. Wäre ich einmal in ihre Gewalt geraten, dann war tausend gegen eins zu wetten, dass sie mich vielleicht auffressen würden. Denn ich hatte gehört, dass die Bewohner der karibischen Küste Kannibalen seien, und nach meiner Berechnung der Breitengrade war ich nicht weit von dieser Küste entfernt. Da kam mir eines Tages der Einfall, mich wieder einmal nach dem Boot unseres Schiffes umzusehen, das vom Sturm weit auf das Ufer hinaufgetrieben war, als wir Schiffbruch gelitten hatten. Es befand sich auch noch beinahe an derselben Stelle, aber nicht ganz in der früheren Lage, die Gewalt von Wind und Wellen hatte es fast völlig umgekehrt und gegen einen hohen, sandigen Uferrand getrieben, wo es mit dem Boden nach oben gewandt, aber nicht mehr wie anfangs von Wasser umgeben lag. Wenn ich Arbeitskräfte genug gehabt hätte, um es wieder in Stand zu setzen und es flott zu machen, so würde das Boot noch ganz brauchbar gewesen sein, und es wäre mir dann ein leichtes gewesen darin, nach Brasilien zurückzukehren. Aber ganz allein? Dann hätte ich ebenso gut versuchen können, die Insel selbst fortzubewegen. Mit der Zeit kam ich auf den Gedanken, ob es nicht möglich sei, mir selbst ein Kanu zu fertigen, wie sie die Eingeborenen jener Gegenden ohne Werkzeuge, ja, ich möchte sagen, fast ohne alle Arbeit aus großen Baumstämmen machen. Es schien mir das bei genauerer Überlegung auch nicht nur möglich, sondern sogar leicht, und ich freute mich sehr darauf, den Plan auszuführen. Hatte ich doch dazu weit mehr Hilfsmittel. Dabei bedachte ich aber ganz und gar nicht den besonderen anderen Umstand, mit dem ich zu kämpfen haben würde, den Mangel an Kräften, nämlich zum Transport des fertigen Kanus ins Wasser. Das musste mir viel größere Schwierigkeiten machen, als der Mangel an Werkzeugen den Indianern, denn was konnte es mir helfen, wenn ich, nachdem ich im Walde einen dicken Baum aufgesucht und mit viel Mühe gefällt, ihn mit Hilfe meines Handwerkszeugs behauen und ihm an der Außenseite die richtige Form gegeben, ihn auch ausgehöhlt und so in ein Boot verwandelt hätte, wenn ich dieses dann nach aller Mühe an seiner Stelle hätte liegen lassen müssen und nicht imstande war, es flott zu machen. Ich hatte nicht im Mindesten, bevor ich an dem Boot zu arbeiten anfing, darüber nachgedacht, denn sonst würde sich mir ja sofort die Frage aufgedrängt haben, wie ich es ins Meer schaffen solle. Nein, meine Gedanken waren so eingenommen von der beabsichtigten Seereise, dass ich nicht einen Augenblick überlegte, in welcher Weise ich das Ding vom Lande wegbekommen könne. Und doch lag es in der Natur der Sache, dass es mir leichter fallen musste, das Boot 45 Meilen weit im Wasser fortzubewegen, als auch nur 45 Schritte an Land Richtung Ufer. Ich machte mich an die Anfertigung meines Fahrzeugs in so wahnwitzigem Eifer, als ob mir mein bisschen Menschenverstand abhandengekommen wäre. Zunächst fällte ich eine Zeder, einen sehr prachtvollen Stamm. Mit unbeschreiblicher Mühsal hatte ich diesen Baum umgehauen, 20 Tage lang hieb und hackte ich dann an ihm herum und 14 weitere Tage erforderte das Beseitigen der Äste und Zweige und der ganzen ungeheuren Krone, was ich mit Axt und Beil bewerkstelligte. Dann verwendete ich einen ganzen Monat darauf, den Stamm so zu behauen, dass er Form und richtige Verhältnisse annahm und eine Art von Kiel bekam, damit er aufrecht, wie es sich gehört, schwimmen konnte. Weitere drei Monate kostete es mich, das Innere zu höhlen und zu einem richtigen Bote auszuarbeiten. Das brachte ich lediglich mit Hammer und Meißel, wenn auch nur mit großer Mühe zustande. Und so hatte ich denn endlich ein sehr hübsches Boot fertig, das 26 Personen fassen konnte, also auch groß genug war, mich und mein Hab und Gut aufzunehmen. Als das Werk vollendet dastand, freute ich mich außerordentlich darüber. das Boot war viel größer, als ich je ein aus einem Baumstamm gefertigtes Kanu gesehen hatte. Und hätte ich es nun auch ins Wasser zu schaffen vermocht, so bezweifle ich gar nicht, dass ich die wahnsinnigste und unausführbarste Reise, die je unternommen wurde, darin angetreten hätte. Alle meine Versuche, aber das Holz Kanu ins Wasser zu bringen, schlugen fehl, so viel Mühe ich mir auch gab. Nun maß ich die Entfernung aus und beschloss, einen Kanal zu graben, um, da ich mein Boot nicht zum Wasser schaffen konnte, eben das Wasser zum Boot zu leiten. Auch dieses Werk fing ich mutig an, jedoch als ich näher darüber nachdachte und ausrechnete, wie tief und breit ich graben müsste und wie ich die ausgegrabene Erde fortschaffen sollte, fand ich, dass ich mit den beiden mir einzig zur Verfügung stehenden Händen zehn bis zwölf Jahre bräuchte, ehe ich damit fertig sein könnte. Denn die Küste lag so hoch, dass der Kanal am oberen Ende wenigstens zwanzig Fuß tief werden musste. Endlich, wenn auch mit großem Widerstreben und herzlich bekümmert, gab ich diesen Versuch auf. Mitten in diesen Arbeiten ging das vierte Jahr meines Aufenthalts auf der Insel zu Ende, höchste Zeit, um über mein Dasein auf der Insel nachzudenken. Vor allen Dingen war ich hier abgesondert, von aller Bosheit der Welt. Ich begehrte nichts, denn ich besaß alles, was ich genießen konnte. Ich war Herr der ganzen Insel. Wenn es mir beliebte, konnte ich mich König oder Kaiser des Landes nennen, das ich in Besitz genommen hatte. Es gab keinen Rivalen, keinen, der meine Herrschaft angefochten oder geteilt hätte. Ich hätte ganze Schiffsladungen voll Korn produzieren können, aber ich vermochte sie nicht zu verbrauchen, und darum säte ich nur eben so viel aus, als mein eigener Bedarf es erforderte. Auch Wasser und Landschildkröten hatte ich in großer Menge, aber mehr als von Zeit zu Zeit eine einzige konnte ich nicht verwenden. Ich besaß Bauholz genug, um eine ganze Flotte von Schiffen damit zu bauen, und Trauben genug, um mit ihnen als Wein oder Rosinen diese Flotte vollständig befrachten zu können. Jedoch, was half mir das, was ich nicht nutzen konnte? Ich hatte genug zu essen, was sollte ich mit dem Übrigen machen. Wenn ich mehr Tiere tötete, als ich aufessen konnte, so musste das Fleisch von dem Hund oder den Würmern gefressen werden. Säte ich mehr Korn, als ich verbrauchen konnte, so verdarb es. Die Bäume, die ich fällte, blieben liegen und verfaulten. Ich konnte sie zu nichts anderem als zu Brennholz verwenden, und auch das brauchte ich nur, um meine Speisen zu bereiten. Kurz, Natur und Erfahrung lehrten mich bei genauer Betrachtung, dass alle guten Dinge dieser Welt nicht mehr Wert für uns haben, als insoweit wir sie gebrauchen können. Der habgierigste, gewinnsüchtigste Geizhals der Welt würde vom Laster der Begehrlichkeit geheilt worden sein, wenn er an meiner Stelle gewesen wäre. Denn ich besaß ja unendlich viel mehr, als ich je verwenden konnte. Es blieb mir nichts zu wünschen übrig, außer einigen Kleinigkeiten, die mir allerdings sehr willkommen gewesen sein würden. Ich war, wie ich früher erwähnt habe, im Besitz eines Beutels voll Geld, das aus Silber und Gold im Wert von ungefähr 36 Pfund Sterling bestand. Aber, du lieber Gott, da lag nun das schlechte, erbärmliche, unnütze Zeug. Ich hatte keine Art von Verwendung dafür, und oft dachte ich bei mir, wie gern ich eine Handvoll davon für eine Anzahl Tabakspfeifen oder für eine Handmühle, um mein Korn damit zu malen, geben würde. Ja, das Ganze hätte ich mit Freuden hingegeben, für ein wenig englischen Runkelrüben und Moorrübensamen oder für ein Häuflein Erbsen und Bohnen und eine Flasche voll Tinte. Und hätte ich einen Kasten voller Diamanten gehabt, so wäre es nicht anders gewesen. Sie hätten keinen Wert für mich gehabt, weil ich sie nicht brauchen konnte. Mit der Zeit war mein Leben viel freudiger geworden als noch am Anfang. Ich setzte mich oftmals mit Dankbarkeit an meinen Tisch und bewunderte, wie sich der Tisch in dieser Wüste gedeckt hatte. Ich lernte mehr, die Lichtseite meiner Lage anzusehen und weniger bei der Schattenseite zu verweilen und das gewährte mir zuweilen so viel innere Freude, dass ich es gar nicht auszudrücken vermag. Diesen Umstand erwähne ich hier, um ihn unzufriedenen Leuten einzuprägen, die nichts richtig genießen können, weil sie immer Dinge ansehen und begehren, die ihnen versagt bleiben. Alle Unzufriedenheit über das, was uns fehlt, scheint mir aus unserem Mangel an Dankbarkeit für das, was wir haben, zu entspringen. Während der langen Zeit, die ich jetzt schon auf der Insel weilte, waren viele von den Sachen, die ich zu meinem Gebrauche mit ans Land genommen hatte, entweder ganz oder wenigstens zum größten Teil aufgebraucht. Meine Tinte hatte schon seit einiger Zeit abgenommen, bis auf einen kleinen Rest, welchen ich nach und nach immer mehr mit Wasser verdümmte, bis man auf dem Papier kaum noch einen Schein von Schwärze wahrnehmen konnte. Solange sie vorhielt, benutzte ich sie, um die Tage, an welchen mir irgendetwas Bemerkenswertes begegnete, zu notieren. Das Zweite, was außer der Tinte zu Ende ging, war mein Brot. Ich meine, die Schiffszwiebacke, die ich aus dem Schiffe gerettet hatte. Mit diesen hatte ich auf das Allersparsamste gewirtschaftet und mir über ein Jahr lang nur einen Zwieback täglich gestattet. Trotzdem musste ich mich noch beinahe ein Jahr lang ohne Brot behelfen, bis ich solches aus selbstangebautem Korn bekam. Auch meine Kleidungsstücke fingen an, knapp zu werden. An Wäsche besaß ich schon seit einer ganzen Weile nichts als eine Anzahl Hemden, etwa 30 Stück, die ich in den Kästen meiner Schiffsgenossen gefunden und sorgsam geschont hatte. Wegen der Hitze konnte ich auch oft nichts weiter als ein Hemd auf dem Leibe tragen. Manchmal glühte die Sonne so heiß, dass man meinen sollte, ich hätte überhaupt keine Kleidung nötig gehabt. Jedoch hätte ich nicht ganz nackt gehen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Abgesehen davon, dass mir der Gedanke daran, obgleich ich allein lebte, unerträglich war, bestand auch noch der andere Grund, dass ich die Sonnenhitze viel besser vertragen konnte, wenn ich etwas angezogen hatte. Die unmittelbare Hitze brannte mir die Haut wund. Wenn ich hingegen ein Hemd trug, so brachte die Luft darunter einige Bewegungen hervor und mir war unter demselben noch einmal so kühl, als ohne es. Ebenso wenig durfte ich jemals wagen, ohne Hut oder Mütze in die Sonnenhitze hinauszugehen, denn diese brannte mit solcher Heftigkeit, dass sie mir sofort Kopfschmerzen verursachte, wenn sie mir direkt auf den Kopf schienen. Dagegen verschwanden die Schmerzen gleich wieder, sobald ich meinen Hut aufsetzte. Unter diesen Umständen hielt ich es für nötig, die wenigen Lumpen, welche ich Kleider nannte, einigermaßen wieder instand zu setzen. Meine Westen hatte ich alle aufgetragen, daher beschloss ich zu versuchen, ob ich nicht aus den dicken Überröcken und aus dem, was ich sonst noch an Material besaß, mir Jacken anfertigen könnte. So machte ich mich nun ans Schneidern oder vielmehr ans Flicken. Ich habe die Fälle aller vierfüßigen Tiere aufzubewahren gepflegt, ich hatte sie an Stangen aufgespannt in die Sonne gestellt. Hierdurch waren einige so trocken und hart geworden, dass sie nur wenig zu gebrauchen waren, andere aber schienen verwendbar zu sein. Das erste, was ich mir daraus machte, war eine große Mütze. Ich kehrte die raue Seite des Felles nach außen zum Schutz gegen den Regen und das Ding gelang mir so gut, dass ich mir später einen ganzen Anzug aus Tierfällen anfertigte, das heißt eine Weste und kurze Hosen. Die Letzteren waren an den Knien offen und gehöre ich weit, denn es kam mir auf eine gute Durchlüftung an. Ich darf nicht verschweigen, dass sie abscheulich aussahen, denn war ich schon ein schlechter Zimmermann, so war ich doch ein noch schlechterer Schneider. Trotzdem konnte ich mich sehr gut damit behelfen. Ging ich aus und es fing an zu regnen, so ließ die raue Außenseite meiner Weste und Mütze das Wasser nicht eindringen und ich blieb darin ganz trocken. Ferner verwendete ich sehr viel Zeit und Mühe darauf, mir einen Sonnenschirm zu machen. Einen solchen wünschte und brauchte ich in der Tat sehr. In Brasilien hatte ich auch dergleichen anfertigen Seen, dort dienen sie zum Schutze gegen die große Hitze und hier kam mir die Hitze mindestens ebenso groß, wenn nicht größer vor als dort und meine Insel lag ja auch dem Äquator näher. Da ich genötigt war, viel auszugehen, konnte mir ein Schirm nicht nur gegen die Sonne, sondern auch gegen den Regen von großem Nutzen sein. Ich gab mir die erdenklichste Mühe und doch dauerte es sehr lange, bis ich ein solches Ding fertiggebracht hatte, was zusammenzuhalten versprach. Nachdem ich schon glaubte, das richtige Verfahren entdeckt zu haben, missglückten noch zwei oder drei Versuche, bis einer gelang, der mich zufriedenstellte. Endlich gelang mir ein ziemlich zweckmäßiges Gestell, das ich mit Fällen, die Haare nach außen gewendet, überzog, so dass der Regen wie von einem schrägen Dache ablief. Auch gegen die Sonne gewährte dieser Schirm so hinreichenden Schutz, dass ich jetzt sogar bei heißestem Wetter mit mehr Annehmlichkeit im Freien sein konnte, als sonst bei kühlster Temperatur. Hatte ich ihn nicht nötig, so legte ich ihn zusammen und trug ihn unterm Arm. So lebte ich nun in der größten Zufriedenheit. Im Übrigen wüsste ich nicht, dass in den nun folgenden fünf Jahren irgendetwas Außergewöhnliches vorgefallen wäre. Ich lebte in derselben Weise, in gleicher Lage und an demselben Orte wie bisher fort. Abgesehen von der jährlich wiederkehrenden Arbeit des Anbaus von Gerste und Reis und des Zubereitens der Rosinen, von welchen ich mir immer genug vorrätig hielt, um für ein Jahr im Voraus versorgt zu sein und abgesehen vom täglichen Ausgang mit meiner Flinte, bestand meine Beschäftigung hauptsächlich in dem Bau eines zweiten Kanus. Endlich hatte ich denn auch eins fertiggestellt. Wenn ich auch keinen ganz passenden Baum hatte finden können und keine dem Wasser näher gelegene Stelle als eine beinahe eine halbe Meile davon entfernte, so hatte ich doch bald gesehen, dass es diesmal gelingen würde und dass ich das Unternehmen nicht wieder aufgeben musste. Obwohl ich fast zwei Jahre darauf verwendete, ließ ich mich nicht davon abbringen, denn ich hatte die große Hoffnung, endlich ein Boot zu haben, in dem ich mich aufs offene Meer hinaus wagen könnte. Als jedoch mein Fahrzeug fertig war, fand sich, dass seine Größe nicht genügte, um eine Fahrt bis zum Festland zu unternehmen. Der Meeresarm, der mich von diesem trennte, war über 40 Meilen breit, daher machte die Kleinheit des Bootes diesen Plan unmöglich und ich dachte nicht weiter daran. Da ich das Boot aber nun einmal hatte, nahm ich mir vor, darin eine Fahrt um die Insel zu unternehmen. Denn als ich früher zu Lande, wie ich es beschrieben habe, auf der anderen Seite der Insel gewesen war, hatten mir die bei dieser Gelegenheit gemachten Entdeckungen die größte Lust erweckt, auch noch weitere Teile der Küste kennenzulernen. Deshalb beschäftigte mich jetzt kein anderer Gedanke, als eine Segelfahrt um die Insel anzustellen. Zu diesem Zwecke und um es an keiner Vorsicht und Überlegung fehlen zu lassen, errichtete ich einen kleinen Mast in meinem Boot und befestigte daran ein Segel, das ich aus einem der alten Schiffssegel angefertigt hatte, von denen ich einen großen Vorrat aufbewahrte. Als Mast und Segel angebracht waren, probierte ich das Boot und fand, dass es vortrefflich segelte. Dann brachte ich kleine Kästen an beiden Enden des Fahrzeugs an, um notwendige Gerätschaften, Lebensmittel, Schießbedarf und so weiter darin trocken zu halten und vor Regen und Wellenschaum zu schützen. Ferner schnitt ich eine schmale, lange Höhlung in die innere Seite des Bootes, wo ich meine Flinte hineinlegen konnte und versah sie mit einer Klappe, um das Gewehr vor der Nässe zu bewahren. Am unteren Ende meines Bootes befestigte ich meinen Sonnenschirm auf dieselbe Weise wie den Mast, damit er über meinem Kopf ausgespannt gleich einem Zelt die Sonnenhitze von mir abhalten sollte. Zunächst machte ich hin und wieder einen kleinen Ausflug aufs Meer, wagte mich aber niemals weit hinaus und entfernte mich auch nicht sehr von der Flussmündung. Endlich aber beschloss ich, begierig den Umfang meines Reiches kennenzulernen, die Umsegelung in Angriff zu nehmen. Ich rüstete mein Fahrzeug für die Reise aus mit zwei Dutzend meiner Brote oder richtiger gesagt Gerstenkuchen mit einem Topf voll gerösteter Reiskörner, von denen ich häufig zu essen pflegte, ferner mit einer kleinen Flasche Rum und der Hälfte einer erlegten Ziege. Auch Pulver und Blei nahm ich mit, um weitere Ziegen schießen zu können und versah mich ferner mit zwei der großen Überröcke, die ich aus den Koffern der Seeleute gerettet hatte. Auf einem davon wollte ich liegen, mit dem anderen gedachte ich mich nachts zuzudecken. Es war am 6. November im 10. Jahre meiner Herrschaft oder, wenn man will, meiner Gefangenschaft, als ich diese Reise antrat. Dieselbe dehnte sich viel länger aus, als ich erwartet hatte. Sicher war die Insel selbst nicht sehr groß, doch entdeckte ich, auf der östlichen Seite angekommen, eine lange Felsenkette, die sich ungefähr zwei Seemeilen weit ins Meer erstreckte und teils über, teils unter dem Wasser fortlief, an deren Ende eine Sandbank ebenfalls eine halbe Meile lang trocken zutage lag, sodass ich gezwungen war, diese Landspitze in einem weiten Umweg zu umschiffen. Anfangs, als ich diese Entdeckung machte, war ich schon im Begriff, die Unternehmung aufzugeben, da ich nicht wusste, wie weit ich hinausfahren musste und ebenso wenig, wie ich zurückkommen sollte. Ich ging deshalb vorläufig vor Anker, denn auch eine Art von Anker hatte ich mir aus einem zerbrochenen Bootshaken angefertigt. Nachdem ich das Boot so befestigt hatte, nahm ich die Flinte, begab mich an Land und erstieg einen Hügel, von dem ich eine Übersicht über jene Landzunge zu haben glaubte, und in der Tat ermahße ich von dort ihre ganze Ausdehnung und beschloss nun, die Umfahrt zu wagen. Von dem Hügel, auf dem ich stand, erblickte ich eine starke und wahrhaft reißende Strömung, die von Westen nach Osten verlief und ganz nah an jene Landspitze herankam. Ich musste mich also sehr in Acht nehmen, denn wenn ich in diese Strömung geriet, konnte ich durch ihre Gewalt aufs Meer hinausgetrieben werden und vielleicht nicht imstande sein, die Insel wiederzugewinnen. Aber wiederum sollte ich ein warnendes Beispiel für unbesonnene und unwissende Seefahrer werden. Denn kaum war ich an der Spitze angelangt und nicht um eines Bootes Länge von der Küste entfernt, als ich mich auch schon in sehr tiefem Wasser und in einer reißenden Strömung befand. Mein Boot wurde mit solcher Gewalt fortgerissen, dass ich es trotz aller Anstrengung nicht einmal am Rande des Stromes halten konnte, sondern mich weiter und weiter von dem Strudel, der mir zur Linken blieb, abgetrieben sah. Kein Wind kam mir zu Hilfe und mit meinen Rudern konnte ich so gut wie nichts ausrichten. Ich fing an, mich für verloren zu halten, denn weil die Strömung auf beiden Seiten der Insel ging, wusste ich, dass ihre Enden sich einige Seemeilen weiter vereinigen mussten. Ich blickte jetzt zu meiner öden, einsamen Insel zurück, für mich in dieser Situation der lieblichste Ort der Welt und alle Glückseligkeit, die mein Herz sich wünschte, bestand darin, nur wieder dort sein zu können. Ich streckte meine Hände mit sehnlichem Verlangen danach aus. Oh, du glückliche Wüste, sagte ich, soll ich dich nie wiedersehen? Wohin werde ich elende Kreatur geraten? Es ist unmöglich, die Bestürzung zu beschreiben, in die ich geriet, als ich mich beinahe zwei Seemeilen in den weiten Ozean getrieben sah. Ich verzweifelte völlig daran, jemals wieder mein Eiland zu erreichen. Nichtsdestoweniger jedoch arbeitete ich mich so lange ab, bis meine Kräfte beinahe erschöpft waren, indem ich das Boot so gut wie möglich nach Norden zu halten suchte. Endlich, um Mittag, als die Sonne gerade über meinem Haupte stand, kam es mir vor, als fühlte ich eine leichte Brise von Süd-Süd-Ost her mir entgegenwehen. Das erleichterte mir das Herz ein wenig und noch mehr erfreute es mich, als etwa eine halbe Stunde später ein hübscher, kleiner Sturm zu sausen anfing. Mittlerweile war ich erschreckend weit von der Insel weggeraten. Wäre nur die kleinste Wolke oder ein leichter Nebel mir in den Weg gekommen, so hätte es auf eine ganz unerwartete Weise um mich geschehen sein müssen. Denn ich hatte keinen Kompass an Bord und hätte daher nicht gewusst, wie ich auf die Insel zusteuern sollte, sobald sie mir nur ein einziges Mal aus dem Gesicht entschwunden wäre. Aber das Wetter blieb klar. Ich machte mich jetzt daran, meinen Mast wieder aufzurichten und das Segel auszubreiten und hielt, so gut ich irgend konnte, die Richtung nach Norden, um nur aus der Strömung herauszukommen. Kaum hatte ich Segel und Mast in Ordnung und kaum fing das Boot an, langsam dahin zu gleiten, als ich an der Klarheit des Wassers bemerkte, dass eine Veränderung der Strömung in der Nähe sein müsse. Denn wo der Strom reißend ging, war das Wasser trübe. Wo dagegen das Wasser sich aufhellte, ließ die Stärke der Strömung nach. Gleich darauf bemerkte ich etwa eine halbe Meile gen Osten einen starken Strudel. Ich war sehr froh, mein Boot in diesen Strudel leiten zu können. Da der Wind auch stärker zu wehen begann, breitete ich fröhlich meine Segel gegen ihn aus und lief lustig vor der Brise dahin, von dem starken Strom umgetragen. Ich legte etwas mehr als eine Seemeile mit Hilfe des Strudels zurück und bemerkte dann, dass er aufhörte und mir nicht weiter dienen konnte. Jetzt aber befand ich mich zwischen den beiden anderen großen Strömungen, der südlichen, die mich vom Lande abgetrieben hatte, und der nördlichen, die ungefähr eine Seemeile weiter auf der anderen Seite floss. Hier, in der Mitte, im Schutze der Insel, fand ich das Wasser ganz still und nach keiner Seite fließend. Da der Wind mir noch immer günstig wehte, steuerte ich weiter direkt auf die Insel los, auch wenn ich nicht so schnell vorwärts kam wie bisher. Am Ufer angekommen, fiel ich auf die Knie nieder und dankte für meine Errettung. Nun gab ich jeden Gedanken an ein Entrinnen in meinem Boot auf, also daran jemals die Insel mit eigener Kraft zu verlassen. Ich stärkte mich mit den Nahrungsmitteln, die ich bei mir führte, brachte mein Boot ganz nah am Ufer in einer kleinen Bucht, die ich dort entdeckt hatte, unter einigen Bäumen in Sicherheit und legte mich darauf zum Schlafen nieder, denn ich war begreiflicherweise äußerst erschöpft von den Anstrengungen dieser Reise. Am nächsten Tag entschied ich, nicht den Weg, den ich gekommen war, auch wieder zurückzunehmen. Stattdessen wollte ich in westlicher Richtung an der Küste entlangfahren und sehen, ob ich nicht irgendwo eine Bucht finden würde, wo ich mein Fahrzeug in Sicherheit ankern und von wo ich es später wieder abholen könnte, wenn ich es bräuchte. Nach einer Fahrt von ungefähr drei Meilen längs der Küste kam ich dann auch an eine vorzügliche Einfahrt, die anfangs etwa eine Meile breit war, weiter ins Land hinein, aber sich verengte, bis sie in einen ganz kleinen Fluss oder Bach auslief. Dort bildete sie einen sehr bequemen Hafen und mein Boot lag darin wie in einem eigens zu diesem Zwecke gebauten Dock. Nachdem ich angelegt und mein Fahrzeug ganz sicher befestigt hatte, ging ich an Land, um mich umzusehen und auszuspähen, wo ich mich befände. Hier bemerkte ich bald, dass ich nur ganz wenig über die Gegend hinausgelangt war, die ich schon früher auf meiner Fußreise über die Insel berührt hatte. Daher nahm ich weiter nichts aus meinem Boote mit als die Flinte und den Sonnenschirm, denn es war furchtbar heiß und trat meine Wanderung an. Am Abend erreichte ich meine alte Hütte, wo ich alles so vorfand, wie ich es verlassen. Ich hielt nämlich immer gute Ordnung, weil ich sie als meinen Landsitz betrachtete. Nachdem ich über den Zaun gestiegen, legte ich mich in den Schatten nieder, um meine müden Glieder auszuruhen und schlief ein. Aber wer, der diese Geschichte liest, kann sich meine Überraschung vorstellen, als ich durch eine Stimme aus dem Schlafe geweckt wurde, die mich wiederholt beim Namen rief. Robin, Robin, Robin Crusoe, armer Robin Crusoe, wo bist du, Robin Crusoe, wo bist du, wo bist du gewesen? Zuerst, da ich wegen meiner großen Ermüdung vom Rudern und von dem weiten Weg sehr fest geschlafen hatte, wurde ich nicht gleich ganz wach, sondern glaubte, zwischen Schlafen und Wachen nur zu träumen, dass jemand mit mir spreche. Als aber die Stimme fortfuhr, immer fort, Robin Crusoe, Robin Crusoe, zu wiederholen, erwachte ich endlich völlig und war anfangs nicht wenig erschreckt, sodass ich in äußerster Bestürzung in die Höhe fuhr. Jedoch, sobald ich die Augen aufgeschlagen hatte, erblickte ich auch schon meinen Papagei, meinen Poll, auf der Hecke sitzend und wusste nun sofort, dass er es gewesen war, der mich angerufen hatte. Gerade in solchen traurig fragenden Ausrufen pflegte ich zu ihm zu sprechen und sie ihm zu lehren. Er hatte sie auch so vollkommen gelernt, dass er oft, auf meinem Finger sitzend und seinen Schnabel dicht an mein Gesicht gelegt, ausrief, armer Robin Crusoe, wo bist du, wo bist du gewesen, wie kommst du hierher? Und dergleichen mehr, was ich ihm beigebracht hatte. Indessen, wenn ich jetzt auch wusste, dass es nur der Papagei war und dass es wirklich niemand anders gewesen sein konnte, dauerte es doch eine ganze Weile, bis ich mich wieder gefasst hatte. Es wunderte mich nämlich, dass das Tier hierher gekommen war. Sobald ich mich jedoch vollkommen überzeugt hatte, dass niemand anders als mein getreuer Poll in meiner Nähe sei, erholte ich mich von meinem Schrecken, streckte meine Hand aus und rief ihn bei seinem Namen. Hierauf kam das zutrauliche Tier angeflogen, setzte sich, wie es das gewohnt war, auf meinen Daumen und fuhr fort, zu mir zu sprechen. Armer Robin Crusoe, und wie kommst du hierher? Wo bist du gewesen? Als ob er hoch erfreut wäre, mich wiederzusehen. Ich nahm ihn zu mir und begab mich denn nach Hause. Jetzt hatte ich für eine Zeit lang genug vom See fahren. Die Gefahr, in der ich geschwebt hatte, gab mir für viele Tage Stoff zum stillen Nachdenken. Sehr froh würde ich gewesen sein, wenn ich mein Boot wieder auf dieser Seite der Insel gehabt hätte, doch wusste ich nicht, wie ich es anfangen sollte, es herbeizuschaffen. Auf der Ostseite, entlang der ich gefahren war, durfte ich es, wie ich wusste, nicht wagen. Mein Herz stockte und das Blut gerann mir in den Adern, wenn ich nur daran dachte. Wie es auf der Westseite der Insel aussah, war mir unbekannt. Aber wenn die Strömung dort genauso stark war, drohte mir ja dort die gleiche Gefahr, nämlich an der Insel vorbeigerissen zu werden. Mit diesem Gedanken tröstete ich mich über den zeitweiligen Verlust des Bootes, welches allerdings das Werk monatelanger Arbeit gewesen war und das ich mit so besonders großer Mühe ins Meer geschafft hatte. Nachdem ich jenes Verlangen bezwungen hatte, führte ich fast ein Jahr lang ein sehr stilles, zurückgezogenes Leben. Während dieser Zeit verbesserte ich mich in allen mechanischen Fähigkeiten. Auch in Flechtarbeiten machte ich bedeutende Fortschritte und verfertigte einen Überfluss von allen möglichen Körben. Sie waren zwar nicht gerade schön, aber doch sehr handlich und bequem zur Aufbewahrung und zum Tragen vieler Sachen. Ich fing drei junge Ziegen ein, eine männliche und zwei weibliche, denn ich sah jetzt ein, dass ich mich nur dann ohne Waffen und jeder Zeit mit Ziegenfleisch versorgen konnte, wenn ich einige Ziegen aufziehen, zähmen und sie mit der Zeit wie eine Herde Schafe auf meinem Hof halten würde. Es dauerte etwa drei Monate, bis ein Stück Wiesenland als Weide umzäunt war. Bis dahin pflöckte ich die drei Lämmer an den besten Weidestellen an und ließ sie, um sie zahm zu machen, in meiner Nähe grasen. Zuweilen ließ ich sie aus meiner Hand fressen, sodass, als die Einfassung fertig war und ich die Lämmer losband, sie mir auf dem Fuße folgten und nach einer Handvoll Korn hinter mir herblökten. Meine Einrichtung erfüllte ihren Zweck vollständig und in etwa anderthalb Jahren hatte ich eine Herde von zwölf Ziegen, einschließlich der Lämmer. Nach weiteren zwei Jahren waren es 43 geworden, abgesehen von denen, die ich während dieser Zeit zu meiner Nahrung verwendet hatte. Nach und nach legte ich fünf solcher eingezäunter Weideplätze an. Jetzt konnte ich nicht nur Ziegenfleisch, so viel ich immer essen mochte, haben, sondern obendrein Milch und das war etwas, was ich anfangs nicht einmal für möglich gehalten hatte. Und so lernte ich mit der Zeit, wenn auch erst nach vielen missglückten Versuchen, mit Leichtigkeit sehr gute Butter und Käse aus der Milch zu bereiten. Von nun an fehlte es mir daran nie mehr. Ich kam mir vor wie ein König. Paul, mein Papagei, genoss als einziger das Privileg, mit mir sprechen zu dürfen. Mein Hund, der inzwischen sehr alt geworden war, saß stets zu meiner Rechten und zwei Katzen, eine auf dieser, die andere auf jener Seite des Tisches, erwarteten ab und zu einen Brocken aus meiner Hand als ein Zeichen besonderer Gunst. Das waren übrigens nicht mehr dieselben beiden Katzen, die ich mit an Land gebracht hatte. Die lebten beide längst nicht mehr und ich hatte sie eigenhändig in der Nähe meiner Wohnung begraben. Zwei ihrer Katzenkinder hatte ich jedoch aufgezogen und zu meinen Mitbewohnern erkoren.